Willkommen zurück beim Goldpriester. In Belfit 2042 gibt es bald neue Features und die schauen wir uns jetzt in diesem Video mal an. Die sind jetzt zwar nicht mehr brandneu, aber äußerst interessant. Falls ihr weiterhin bei Belfit up-to-date bleiben wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ich werde auf jeden Fall weitere Videos zu Belfit 2042 bringen und dann auch zu Belfit 7. Da gibt es dann natürlich auch wieder die neuesten Informationen. Das macht jetzt schon seit längerem so einen Podcast. Da besprechen die immer aktuelle Informationen und was zukünftig alles noch ansteht. Ich habe da vor kurzem erst festgestellt, dass der alte Community-Manager, der eigentlich immer für Belfit zuständig war, der hieß Freeman, der ist komplett raus, der betreut jetzt ein anderes Gehen. Das hat mich echt gewundert. Und da haben sie jetzt einen neuen Community-Manager eingesetzt und der macht nämlich auch die Podcasts. Die sind übrigens gar nicht mehr so schlecht. Ich weiß nicht, ob sie den jetzt rausgeschmissen haben oder ob der freiwillig gegangen ist, das kann ich euch nicht genau sagen. Da wurde jetzt ein ganz interessanter Punkt angesprochen und zwar, wenn jetzt die Runde vorbei ist, kommt ja dieser Endscreen. Da werden die Punkte addiert, dann kommen die Battlepass-Punkte, werden nochmal zusammen addiert und so weiter. Und das dauert richtig lange. Und diesen Endscreen, den wollen sie erstens nochmal komplett neu überarbeiten und vor allem die Zeit dazu wollen sie auf jeden Fall auch nochmal verkürzen. Die haben ja auch schon den Ladebildschirm direkt am Anfang der Runde verkürzt. In diesem Vergleichsvideo könnt ihr das nämlich mal ganz genau sehen. Da sehen wir jetzt einmal Season 3 und Season 4 und das ist jetzt hier direkt am Anfang der Runde, bis ihr direkt auf die Map reinjoint. Was ich hier noch hinzugefügt habe, ist dieser Timer. Das sieht man einmal ganz rechts außen die Frames, dann kommen die Sekunden, dann die Minuten und dann die Stunden. Für uns sind natürlich jetzt nur die Minuten interessant und die Sekunden und ihr werdet gleich mal sehen, wie lange das Ganze dauert. Da wollen sie die Support-Kisten überarbeiten, also einmal die Medic-Kisten und einmal die Munitions-Kisten. Das Problem bei den Kisten ist, wenn ihr die einmal hinwerft und ihr lauft durch, da fängt der Timer sozusagen an und ihr habt dann Cooldown. Manchmal hat man ja trotzdem noch volle Munition und geht dort durch und dann bringt das ja eine 4 Jahre. Also das wollen sie auf jeden Fall auch noch überarbeiten. Den neuen Granatwerfer, den man jetzt über die Season Pass freispielen kann, den haben sie jetzt zur Serverseite gedepuffed und zwar macht der jetzt 30% weniger Schaden. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Der war echt overpowered. Zum Thema Portalwaffen gibt es ja das Problem, dass man dort einmal gar keine Skins ausrüsten kann und viel zu wenig Waffen-Attachments. Das hat jetzt Dice 4 auf jeden Fall zu ändern. Weil das genau kommt, kann ich euch noch nicht genau sagen. Es kann sein, dass das sogar noch in Season 4 kommt. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Änderung. Ich tue die ganzen Vault-Webens immer nur freispielen und das Video für euch mache ich dann meistens noch. Und das war es dann auch. Dann lasse ich die komplett links liegen, weil ich das wie gesagt extrem schade finde, dass da keine richtigen Attachments dabei sind und vor allem, dass man auch den Skin nicht ändern kann. Leute, wir sind jetzt schon bei 1 Minute und 12 Sekunden. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind immer noch nicht auf dem Server. Jetzt sind wir auf dem Server. Wir haben jetzt 1 Minute und 15 Sekunden in Season 4 und in Season 3 sind wir immer noch nicht auf dem Server. Da dauert es noch. Das seht ihr oben, da ist der Bildschirm immer noch nicht vollgeladen. Leute, schreibt einfach mal in den Kommentarbereich rein, wie lange denkt ihr, wie lange dauert es noch, bis wir in Season 3 auf dem Server drauf kommen. Das kann sich ja nur noch um Stunden handeln, Leute. Schreibt einfach mal in den Kommentarbereich rein, jetzt die Minutenanzahl. Das würde mich echt mal interessieren, vielleicht tippt ihr ja richtig. Dann gab es noch eine weitere Frage an DICE und zwar wird die Flugzeugmechanik nochmal überarbeitet. Darauf hat an DICE geantwortet, nein, die planen zur Zeit nicht, diese nochmal zu überarbeiten. Dann soll der Cop-Modus auch noch Updates erhalten. Was das jetzt konkret ist, haben sie nicht gesagt, aber es würde trotzdem keine vollen XP geben. Wir sind jetzt schon fast bei 2 Minuten in Season 3. Das muss man sich mal vorstellen. Jedes Mal 2 Minuten einfach gewartet. Und dabei spielt es jetzt keine Rolle, ob ihr jetzt einen guten PC habt oder einen schlechten. Ich glaube, auf der Konsole kann das sogar noch ein Stück länger dauern. Das weiß ich nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall ist das jetzt hier der PC-Wert. Der finale Endwert liegt jetzt bei 2 Minuten und 2 Sekunden und bei Season 4 sind es halt nur noch 1 Minute und 15 Sekunden. Das ist auf jeden Fall cool gemacht. Da muss man DICE an dieser Stelle mal loben. Wenn sie das jetzt noch mit einem Endscreen machen, da kann man echt nichts mehr sagen. Ich hoffe, da hauen sie auch nochmal 40 Sekunden oder so raus. Der nächste Punkt, der jetzt hier auf meinem Zettel steht, heißt Squad Management. Und dieser Punkt ist sehr wichtig, weil viele erwarten diesen nämlich. Der soll aber jetzt nicht mehr in Season 4 kommen. Das wird wahrscheinlich erst in Season 5. Und was können wir uns jetzt konkret darunter vorstellen? Aktuell ist es ja so, wenn wir jetzt auf den Server drauf schauen, werden wir ja irgendein Squad zugeteilt. Und wenn wir da rausgehen wollen, das geht zwar über die rechte Maustaste, aber wenn jetzt kein freier Squad mehr da ist, funktioniert das Ganze nicht. Ich kann mir das am ehesten jetzt noch so vorstellen, dass sie das wahrscheinlich dann so ähnlich wie in Belfit 5 oder in Belfit 1 machen, wie Rache das auch schon hier so geschrieben hat. In Belfit 1 war das so gewesen, habt ihr dann halt eine komplette Squadliste gehabt und habt ihr die ganzen Squads gesehen. Und die Squads konnte man vor allem auch abschließen und halt öffentlich machen. Ja, und wenn sie öffentlich sind, dann kann halt jeder rein. Und wenn sie abgeschlossen sind, dann kann man nur über die Einladung halt rein oder es können halt nur Freunde rein. Genau, dann gibt es ja noch den Squad Leader. Und wenn ihr Squad Leader seid, könnt ihr natürlich auch die Leute rausschmeißen, wo ihr sagt, die passen jetzt nicht in den Squad rein. Und der Squad Leader kann natürlich dann auch das Squad abschließen oder halt wieder öffentlich machen. Das Erstellen von einem Squad und das Verlassen von einem Squad ist natürlich dann auch ohne Probleme möglich. Das wird, wie gesagt, aber erst wahrscheinlich in Season 5 werden. Dann haben sie noch eine sehr interessante Frage in dem Podcast gestellt. Und zwar wird es Nachtsichtgeräte für Fahrzeuge geben? Zurzeit gibt es das ja nur für die Waffen. In Belfit 3 zum Beispiel und in Belfit 4 gab es das ja auch für Fahrzeuge. Im Hintergrund seht ihr übrigens gerade Belfit 3 Gameplay. Da haben wir jetzt hier einmal einen Infanteristen und hier einen Panzer. Und hier sehen wir jetzt nochmal die normale Sicht. Also ist nicht schlecht, wenn es kommt, aber das kann natürlich noch ein bisschen dauern. Wie ist eure Meinung zu diesen Nachtsichtgeräten bei Fahrzeugen? Findet ihr das okay? Oder sagt ihr, das ist überflüssig? Also ich finde es ziemlich cool, wenn es kommt, aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Dann haben sie in dem Podcast noch eine Frage beantwortet zum Commander-Modus. Jemand hat wahrscheinlich gefragt, gibt es irgendwann den Commander-Modus oder kommt das noch? Und da haben sie gesagt, nein. Und das macht auch wirklich gar keinen Sinn, weil die meisten Commander-Modus-Sachen haben ja die ganzen Spezialisten übernommen. Ja, deswegen macht es auch gar keinen Sinn, mehr diesen zu bringen. Dann will DICE auf jeden Fall noch die ganzen Karten-Layouts von den Rush-Modus aktualisieren. Zurzeit konzentrieren sie sich aber auf andere Dinge. Interessant fand ich auch noch die Aussage, dass Wibble-Effekts Flashpoint programmiert hat und dass die nächste Karte für Season 5 dann wieder DICE programmieren soll. Also ich finde ja Flashpoint wirklich nicht schlecht vom Aufbau her. Ich bin mal gespannt, ob DICE dann mit der nächsten Karte auch wieder so einen guten Aufbau hinbekommt. Ich habe da noch ein bisschen meine Zweifel. Die haben sich zwar jetzt über die letzten Monate stark verbessert, was die Qualität angeht und was die allgemeine Koordination angeht. Aber ob das jetzt für eine Karte schon reicht, da habe ich noch ein bisschen meine Zweifel, muss ich sagen. In Season 5 gibt es dann also die neue Karte von DICE Stockholm. Dann bekommen wir noch ein neues Gadget. Ich gehe mal davon aus, dass wir da noch neue Waffen und Fahrzeuge bekommen. Einen neuen Spezialisten bekommen wir aber nicht, weil bereits alle schon da sind. Jetzt kommt noch ein Punkt, den habe ich jetzt fast vergessen zu sagen. Und zwar der allgemeine Chat kommt wieder zurück. Zur Zeit kann man ja nur mit der eigenen Seite kommunizieren. Und es sollte dann auf jeden Fall wieder möglich sein, dass man dann die Gegenseite beleidigen kann. Die meisten benutzen das ja zum Beleidigen. Das würde ich zwar nicht machen, aber das wird dann wahrscheinlich wieder stattfinden. Ich habe bis zum heutigen Tag nicht verstanden, warum sie den allgemeinen Chat rausgenommen haben und die Seitenwechselfunktion. Also wenn dazu mal von DICE ein offizielles Statement kommen würde, das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Aber das wird wahrscheinlich nie passieren. Was haltet ihr davon, wenn der allgemeine Chat wieder kommt? Also ich bin mal gespannt. Da wird auf jeden Fall wieder viel Rage stattfinden und viel Rumgefläme. Ich weiß nicht, ob jemand eine Frage dazu gestellt hat oder ob DICE das einfach von sich aus gesagt hat. Und zwar am Portalmodus gibt es ja keinen Durchbruchsmodus. Fällt mir auch gerade ein. Den wollen Sie in der Zukunft auf jeden Fall noch hinzufügen, wann das konkret sein wird. Kann ich euch aber noch nicht sagen. Da wollen Sie die Transportfahrzeuge überarbeiten. Einmal die Bodentransportfahrzeuge und die Lufttransportfahrzeuge. Die sind im Moment noch viel zu stark. Da gibt es mehrere Optionen, die DICE das jetzt versuchen könnte. Die können einmal die TP von den Transportfahrzeugen runtersetzen. Die können die Waffen rausnehmen, die viel zu stark sind. Oder die können die Waffen debuffen. Da bin ich mal gespannt, für was sie sich entscheiden. Also die Transportfahrzeuge sind wirklich noch viel zu stark. Zum Beispiel der MAV geht fast gar nicht down. Ich weiß nicht, ob es der da ein bisschen die TP runtersetzen. Und dann noch der Condor macht auch noch viel zu viel Schaden. Ich weiß gar nicht, ist das die 50mm Kanone oder die 30mm Kanone. Da bin ich mir jetzt gar nicht so hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, da bin ich mit zwei Schuss so verdauen. Da kannst du gar nichts machen. Beim Bolte muss ich sagen, finde ich geht es im Moment. Ich weiß nicht, da wurde auch relativ wenig im Moment nur noch gespielt. Also davon wäre ich zum Beispiel gar nicht mehr abgeschossen. Aber ansonsten ist jetzt der Brawler natürlich. Den muss man sich nochmal genau anschauen. Aber schreibt einfach mal in den Kommentar rein, welches Fahrzeug euch am meisten zur Zeit nervt. Da bin ich mal gespannt. Dann kommt als nächstes jetzt ein XP-Event. Ich glaube am Wochenende müsste das sein. Und dann gibt es irgendwann jetzt noch in der Mid-Season wieder ein Event. Da bin ich mal gespannt, ob wir jetzt wieder Ordensbandar spielen müssen. Und vor allem, was man als Belohnung bekommt. Geil wäre es, wenn man da vor allem auch mal Battlefield-Punkte bekommen würde. Okay Leute, wir sind jetzt soweit durch. Ich verlinke euch jetzt noch weitere Videos, die ganz interessant sind. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ansonsten behören wir uns im Nächsten. Euer Goldpriester.